Die Aliens sind zurück. In Los Angeles feiert Independence Day Resurgence seine Premiere. 20 Jahre nach dem Mega-Erfolg von Independence Day legt der deutsche Regisseur Roland Emmerich nun das Sequel vor. Bei den Dreharbeiten musste er einige Schauspieler am Set richtiggehend unter seine Fittiche nehmen. Deine Aufgabe als Regisseur ist es, ihnen zu sagen, entspann dich einfach, du musst nur schauspielern. Es geht nur darum, was du gerade fühlst. Beachte die Technik um dich gar nicht. Stell dir vor, du bist in einem Theater, auf der Bühne. Das hilft den Leuten sehr. Die französische Schauspielerin Charlotte Gersbourg hingegen war am Set ganz entspannt. Ich war die Französin. Ich konnte meinen Akzent behalten. Es war alles in Ordnung für ihn. Liam Hemsworth spielt in dem Science-Fiction-Katastrophenspektakel die Rolle des US-Piloten Jake Morrison. In den deutschen Kinos startet Independence Day Wiederkehr am 14. Juli.